Klicken Sie auf den Link unter dem Video, um Linux 2 auf Ihrem Computer zu installieren. Sie öffnen die offizielle Spielseite. Klicken Sie auf Play. Speichern Sie die Installationsdatei auf Ihrem Desktop, damit Sie sie später löschen können. Öffnen Sie es. Wählen Sie den Ordner aus, um Linux 2 zu installieren. Es ist besser, nicht Systemlaufwerke zu verwenden. Prüfen Sie die Lizenzvereinbarung. Jetzt müssen Sie ein Konto erstellen. Klicken Sie auf SingUp. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort ein. Wählen Sie Ihr Land und überprüfen Sie die Datenschutzbestimmungen. Klicken Sie auf Create Account. Nun müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Öffnen Sie das E-Mail von 4Game und klicken Sie auf den Bestätigungs-Link. Wenn benötigt, erlauben Sie der Site, den 4Game-Link zu öffnen. Jetzt müssen Sie warten, während das Spiel heruntergeladen wird. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Danach klicken Sie auf Play und genießen Sie Linux 2. Viel Glück und hab Spaß! Das hängt von mir in den Momentum bis 행ende. Bis dahin! Das ist ja.